War alles eine Lüge? Leonie arbeitet nicht bei Glückspilz. Ich war in allen Filialen. Nein, Leonie belegt keine Burger bei Glückspilz. Nein, Leonie frittiert keine Kartaffelstangen bei Glückspilz. Nein, Leonie kontrolliert die Qualität bei Glückspilz nicht. Nein, Leonie lässt die Tische bei Glückspilz nicht wischen. Nein, Leonie räumt den Müll bei Glückspilz nicht weg. Nein, Leonie macht kein Social Media für Glückspilz. Folgt mir für die Wahrheit oder auch nicht. Ist mir egal.